so und die weiter so er mir der von uns sagt wenn sie in flammen uns hast du nicht gesehen Ja, du musst jetzt Benzin sammeln. Keine Vögel. Ich will aber Vögel haben. Ich bin ein Crew zu Vögeln. Da ist ein riesengroßer Kanister. Okay, das wird jetzt die Aufgabe sein. Zwei. Treibstofftanz. Ja, ja, wir gehen gleich dahin. Ich gehe noch schnell hier rein. Gib mir nochmal etwas Zeit hier. So, ich bin. Ich bin hier. Ich bin hier. Gerade so, ey. Komm, nimm's aus. So. Wir haben auch Munition. Trauen wir nicht. Habe ich nicht nötig. So. Ich habe ja genug davon. Hä? Ich habe schon genug Munition anscheinend. Die wollte das nicht aufnehmen, die mag mich nicht mehr. So. Deine Nachgabe, Schatz. Ja. Was ist eh? Ja. Warte, was? Mal kurz warten. Ja. Ja. Ah. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ich muss einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Du musst einen Weg dazu finden, Benzin anzuzünden. Ich habe auch einfach drauf schießen. Echt? Eigentlich schon. Weil die Schüsse sind ein MPN weg so heiß, dass die Benzin locker entzünden können. Warum schießt denn da nicht? Na egal. Wir müssen Feuer schießen. Ja, aber das ist unrealistisch. Normalerweise schieß ich immer drauf und dann geht das Ding in den Blammen auf. Na vielleicht doch die Kanister. Na guck mal auf die Kanister schieß ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso das... Na dann mach das doch. Ich weiß wieso nicht, warum ich das aufmachen müsste. Na mit Pfeilen nicht. Nee, so sollte das nicht werden. Soll es da schon in den Feuertrafen haben bestimmt. Dann schieß doch mal auf so einen Blauen. Die explodieren doch immer. Vielleicht hängt da eine Fackel rum oder so. Wir haben eine andere Idee. Oder es ist eine Lampe wieder da drinne im Haus. Oder irgendwo. Hm. Nee, geht nicht lang. Auf den Baum? Da hoch vielleicht. Hast recht, das Haus. Die haben wir hier. Wir liegen überall mit diesen blauen Dinger auf dem. Ich kann doch nicht das anfangen. Das sind keine Exklusivfässer. Das wäre ja ziemlich dumm gewesen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich bin das Ding im Luftgeflogen da jetzt. Hm. Die Fensterkrieg hat dann zufälligerweise. Lauf doch einfach mal ein Stückchen weiter. Ach so, das Gitter. Hm. Deswegen. Geh ich nicht. Geh ich nicht. Komm ich nicht hin. Das ist da vertraten. Aber da ist so eine Kiste. Die steht da so verdächtig schräg dran, dass man so drüber gehen kann. Wo? Äh, nicht Kiste, sondern Kanister. Aber das verletzt du dich bestimmt. Ähm. Ein Weg fällt, um das Ding anzuzünden. Ha, das ist schwierig. Ich denke da über dir. Stoff. So, das kann ich nicht aufnehmen, weil das hier... Oh, nicht. Ach nee, das ist ja die Munition. Aber da gibt's... Da sind solche... Was ist denn das? Ich hab sowas aufgenommen. Ah, jetzt hast du ein Wackelding, oder? Ein Feuerstall hab ich. Aha. So weit ist es gehen. Feuerstall. Drücken sie eh... Äh, halten sie eh gedrückt, um... Na ja. Ich muss aber schnell weggehen. Geh! Kannst du mich rennen? Wo ist schon? Oder Explosionen? Da ist Explosionen! Warte, boh, ich bin schlussig. Die sind ja schon da. Oh nein! Oh Gott. Nein. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag ich doch. Ah! Ich kann gut schnenken. Jetzt habt ihr ihr Fall. Oh, Brat! Ah! 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 Necken! Oha! Oha! Au, 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 au! Oha! Links! Ah, nicht so doller rechts! Ich seh nicht! Ich war links dagegen! Jetzt kommt noch was. Oh mein Gott. Alter. Toll, das war die letzte Hoffnung. Hm, die letzte Hoffnung. Schon hast es. 315. Ich muss zu ihm. Ach du Scheiße. Katastrophal. Mädel. Oh mein. Wow. Okay. Boah, das wäre gut gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte. Kannst du mich vorher kurz überlegen, was zu machen? Ich brenne einfach, 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 oh Gott. Ich. Oh Mann, die Frau macht mich wahnsinnig. Alter Verwalter. Steh auf. Oh, ich bin so überall verdreckt. Ich werde weiterlaufen. Hau ab! Oh, ich fühle mich so eine Leute. Nein, der Pilot. So, Fick, wo hast du die Bo... Wichser. Sorry, aber... Das hat sein Schild ja auch nicht zugebracht. Vogel. Wenn er das immer wegnimmt. Dann hätte ich ummachen können, trickwerfen. Mann, da... Behin, mach's nicht. Danke. So, wir können schon aber ins Hinten, ist der nächste Fahrer. Also hier zumindest nicht... Ach, warte... Ach, warte... Hast du dieses komische Ding da? Ja, eben. So, boah. Bitte. Danke. Mensch, 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 das ist aber auch hier ganz schön... Ich kriege es nicht aus. Wir haben nämlich alles nice bekommen. Ein Sturm aus dem Nichts. Tag ist da doch. Ach so. Dein Flugzeug abstürzen. Oh, Mann. Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich hab den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Ich bin unterwegs. Komm einfach nur zu mir. Ich sag dir jetzt aber nicht, wo ich bin. Ich tue nicht so, dass du sagst. Du kannst ja mal von oben runter gucken, ob du ihn siehst. Ja, doch. Hallo? 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 Juri, Juri. Wie war das? Wer ist denn Bürgermeister für den Wesel? Esel. Esel. Oh, nee. Esel. Oh mein Gott, wasser? Oh, wasser? Zähne, ja, zuhnein. Das ist ja immer abgefahren. Wir sind ja noch nicht der Tod, oder? Oh nein. Das ist eine Ausflöschung. Ich weiß nicht. Ich bin da. Das ist spannend. Ach so. Du bist zufrieden. Hau ruck. Hau ruck. Das ist aber ganz schön. Ich bin so stabil. Ey, sage mal. Ey, sage mal. Hast du jetzt durch das Feuer gelaufen? Ja. Ich guck mich von schwer an. Ich bin zu schwer eingeschwählt hier. Ach, das ist für mich, Schatz. Ich bin zufrieden. Ach. Naja, fällt er nicht. So. So, immer das. Muss ich denn dabei aufstehen? Was? 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 Was soll ich das nächste Mal als Mittag? Hier. Hier. Mit mir ist das? Na ja. Genau da sind sie, den Kopfscher ein. Sag mal! Es muss einen Weg nach oben gehen. Kann da jetzt noch was? Ne, ich kann es noch mal denken, was ich mache. Hup! Naja, so geht das. Es gibt ein Haufen neue Sachen für die Tomb Raider. So. Schups. Na, komm mal, voll ein. Und hepp, hepp. Du musst nicht an der Wand festhalten. Ja, so sehen wie es es kann. Ist voll, okay, okay, okay. So. Eigentlich. Ja, da geh ich zum Beispiel zu den nächsten beiden, aber dahin. Habt man es nicht mehr sehen. Sind wir für heute fertig. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!